Hallöchen, liebe und herzlich willkommen in einer neuen Folge Dark Souls! Äh, ich weiß nicht schon, ob ich da nach vorne will. Was ist das für eine magische Kraft, die hier in diesen Barrikaden inne wohnt? Ich starte das Spiel und hier ist wieder alles aufgebaut. Ihr habt das alles in mühevoller Kleinarbeit zerlegt, letzte Folge, ja? Das kann es ja wohl nicht sein. Wieso liegen die da vorne auf der Treppe tot? Ich habe die doch definitiv hier getötet. Ach, die Leichen sind so quasi an ihren Spawnstellen. Ah, ja, toll. Also, irgendwer hat hier aufgeräumt. Ich mache das jetzt erstmal hier kaputt. So, jetzt können wir weiter machen. Und da vorne, habe ich ja letzte Folge schon festgestellt, wartet etwas auf mich. Will ich das, will ich da überhaupt dagegen kämpfen? Ich meine, ich glaube, mir bleibt gar nichts anderes über. Äh, shit, das sind ja mehr. Ach, stimmt, ja, genau deswegen wollte ich die hier weiter machen, letzte Folge, weil das waren ja voll viele auf einmal. Oh, oh, hi! Äh. Ja, natürlich, verzaubert deinen Speer halt erstmal. Cheater! Ne, ist aber nicht gewettet mit beiden. Oh, oh. Die anderen kommen da auch runter. Das finde ich nicht gut. Ich will nur einen von euch. Hi. Ihr will aber nicht alle drei. Wieso gehen denn die anderen auch hier runter? Ja, der geht wieder. Ist das okay? Okay. Noch zwei. Der geht auch. Nein. Oh, oh. Okay. Haha! Oh, ja. Und. Batsch. Mhm. Haha! Okay, das funktioniert schon mal gut. So. Nummer eins. Ein Titanitbrocken. So, die wechseln sich gerade sehr schön ab. Das ist sehr angenehm. Ach so, habe ich sonst nichts. Okay. Das ist sehr angenehm, weil dann kann ich den töten und dann, wenn der tot ist, ist der andere wieder da. Ja, wunderbärchen. Hey! Habt ihr das gesehen? Das war ein Lag. Da steht noch eine Barrikade. Oh. Hey! Das war nicht nett. Oh, oh. Okay. Wow! Holla, die Waldfee. Der prügelt schon so ein bisschen rein, ne? Oh, oh. Oh! Ja. Nein. Krieg ich dich in den Rücken? Nein, krieg ich nicht. Nicht! Schade. Ich muss jetzt auf. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Geh weg. Das gefällt mir nämlich nicht, weil der hat, äh, das in beide Hände. Oh! Nee. Nö. Hallo? Seit wann kommst du? Ja, genau. In den Rücken? Nein? Okay. In den Rücken? Nein? Okay. Äh. Tschüss. So. Holla, die Waldfee. Der ist, äh, in den Rücken. Sag mal. Sag mal auf, so gemein zu mir zu sein. Ja. Jetzt pass auf, jetzt steht der andere gleich hinter mir und ich ärgere mich dann drüber. Der tut schon weh. Der tut schon weh, das muss man jetzt schon mal so sagen. Oh. Ich brauche jetzt einfach meine Estus auf dafür, das ist mir jetzt wurscht. Die Hoffnung, die ich halt habe, aber das wird leider nicht so sein, ist, dass wenn ich da hochgehe, dass sie dann nicht mehr da sind. Wobei, die mit den roten Augen, sind die nicht dann immer weg gewesen? Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich auch nicht ausprobieren, deswegen eigentlich sollte ich schon ein bisschen mehr sparen mit meinem Estus. Hallo? Na? Wie geht's dir denn so? Das war doch schon mal ganz akzeptabel. In den Rücken! Wuhu! Und aufladen und Batsch! Oh, schön. Okay. Das hat wiederum gut funktioniert. Mit dem ging das doch schon viel, viel angenehmer. So, jetzt haben wir hier ein wundervolles Törchen, wo ich nicht weiß, ob ich da hin möchte. Da haben wir noch was, wo gar nichts ist. Das ist immer gut. Ja, Aussichtsplattform halt, ne? Können wir hier googeln. Ist da nichts? Ist das interessant? Ich weiß nicht, ob ich das Törchen schon aufmachen will. Tatsache ist aber, hier steht nichts. Also werde ich nicht irgendwie reingesaugt und Sequenz und dann kommt ein Bosskampf und so. Okay, das kommt schon mal nicht. Interessanterweise sind hier Texte. Da steht halt irgendwie wie Abkürzung oder so, oder? Hätte ich nur Tod stellen? Aha. Oh, oh. Das verheißt nichts Gutes. Finden wir es heraus. Ab ins Verderben. Juhu! Ja. Hallo? Hallo? Bist du ein neues Gebiet? Oder war ich hier schon mal? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ist das nicht da, das Viech war? Ne. Hä? Hä? Doch, da. Da ist das? Dann ist doch da. Doch, da ist der Bosskampf gewesen. Ne, dann passt schon. Da ist der Bosskampf gewesen. Okay. Dann kann man das hier jetzt endlich verwenden. Interessant. Ist hier eigentlich irgendwas gewesen? Ja, das habe ich schon genotet. Okay. Ja, gut. Das ist ja Geheimfahrt, hä? Warte mal, warte. Achso, Vorsicht, voll Finger. Ja, ja, ja. Hä? Hallo? Ich wollte schon sagen, der geht nicht. Okay. Ja gut, das war jetzt... Mir kommt ein Lebensbalken gerade so kurz vor, für das, dass ich die Glut drin habe. Täuscht das? Ich meine, scheinbar. Muss ja, aber... Okay. Aber was labern denn die dann hier von wegen Zange und so? Abkürzung voraus. Ja, das stimmt. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, wenn ich das schon sehe, dann ist da vorn ein Bosskampf. Da... Da ist ein... Da ist... Aber... Aber ich habe nur vier Estos. Wer bist du? Klaustick. Ah ja. Ich habe den jetzt aber nicht gerufen, oder? Kranballs. Aha. Der Dan. Hallo Dan. Und du? Aha. Oh, nee. Aber nee. Oh Gott. Kopf voraus. Deshalb Vorsicht vor Tod. Wow. Was sich die Leute immer so einfallen lassen, ne? Steht da? Nicht voraus Illusion. Ah ja. Ah, jetzt. Ah, jetzt was? Frankenstein. Was schreiben die denn hier alles? Nicht voraus, zäher Feind. Guter Gefährte wird benötigt. Ja, was jetzt? Zäher Feind oder guter Gefährte? RIP. Naja, es sind ja nur 92.000 Seelen. Das ist ja nicht so das Problem. Ich muss es ja wagen. Es bleibt ja nichts anderes über. Was zur Hölle? Ich meine, das sieht schon episch aus. Ach du Scheiße. Hi! Ja. Aha. Aha. Gut, dass ich so ein gutes Schild habe. Oh, oh. Ja. Aber da ist ein bisschen Magie mit drin, deswegen blockt er nicht so viel. Wo ist er jetzt? What? Okay. Haha. So. Frage. Ähm. Ihr habt denn aber irgendwie schon ein bisschen viel Schaden gemacht, oder? Okay, mein Lebensmarken war vielleicht doch ein bisschen länger. Okay. Jetzt ist er ein bisschen kurz. Ähm. Ja. Oh. Äh. Äh. Warte mal. So mit, mit. Wird es denn da nicht Sinn machen, von dem anderen Leuchtfeuerhaus zu starten? Aber da muss ich ja auch immer einmal so voll durchrennen, oder? Ist eigentlich scheißegal, ob ich dann von der Burg Lothric aus da hingehe. Glaub ich. Weil da muss ich nicht durch die ganzen Gegnerhorden durchrennen, aber das ist ja eigentlich scheißegal. Oder? Das ist eine verdammt gute Frage. Eigentlich ist das doch wurscht. Eigentlich ist das doch wurscht. Ich kann doch da jetzt einfach durchrennen. Ne, warte, 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 warte. So. Alter, mein Lebensbank ist ja doch tatsächlich ein bisschen kurz. Oh, die sind alle wieder da? Oh no. Ach du Scheiße. Ne, das sind nur die. Ah, die sind auch da. Ja, dann. Ja, genau. Okay, ich weiß, warum man von Burg Lothric aus hin möchte. Holy. Das ist... Alles klar. Ja, natürlich. Lass mich da erstmal meine Seelen aufnehmen. Ja, eigentlich ist das scheißegal, aber... Kann man die backstabben? Ne, ne? Kann man nicht. Okay. Nein. Autsch. Kannst du mir mal bitte Zeit geben, dass ich mein Estus... Nein? Okay. Ja, okay. Ey. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Ganz ruhig. Oh, Scheiße. Uhuhu. Was war denn das doch für eine Rolle am Ende? Ey. Ich muss mal gucken. Oh, oh. Dass ich... schaue, ob eventuell ein anderes Schild mehr Sinn machen würde. Weil... Das ist ja doch erstaunlich viel. Naja, aber es heißt ja viel, aber... Autsch. Autsch. Ja, 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 ja. Mama, ruhig. Ist okay. Ist es okay. Oh, oh. Ich wollte gerade ausweichen. Okay, ich muss... Ich muss erst mal... Also... Äh. Jetzt, 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 spiel, jetzt, brems mal. Spiel, brems mal. Spiel, brems mal. Ich muss jetzt erst mal herausfinden... Ähm. Ich muss jetzt erst mal herausfinden, wie ich mich bei dem am besten heile, ohne konstant wieder eine auf die Nase zu bekommen. Äh, das, denke ich mal, ist ganz gut. Ansonsten, glaube ich, ist der durchaus machbar. Aber ich glaube, Feuerresistenz ist per se nicht schlecht gegen den. Soweit, so, soweit, denke ich, dürfe uns einig sein. Das hat überhaupt nichts gegen Feuer. Ne, Schmarrn. Resistenz. 53? Das war 50. Naja, gut, 53. Ich weiß nicht, ob es auf die 3 noch ankommt. Aber Magie. Magie hat er ja auch. Ja, ich glaube, da bleiben wir schon bei dem. Das dürfte soweit passen. Ja. Oh, hi. Ne, das ist nicht das, was ich wollte. Jo. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte mal schnell schauen, wie ich dann von hier aus da am besten hinkomme. Aber das ist nicht dieses Leuchtfeuer. Och. Jetzt hast du, wenn ich angeschrieben werde, wenn ich in-game bin. Och, Kinas. So. Ne, das, äh, bringt mir nix. Entschuldigung. Tut mir leid. Dass ich da jetzt, äh, angeschrieben werde. Ne, das bringt mir gerade nicht so viel. Ähm, aber gut. Da würde ich sagen, machen wir da ohnehin nächste Folge weiter. Und ich werde das in, äh, aller Ruhe machen. Und dann kriegen wir das hin. Und, ähm, da kriegt jetzt erstmal jemand Ärger. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.